Es fehlt das passende Angebot. Kupala sagt dazu, sein Eindruck sei, dass die Forschungskapazitäten in der deutschen Wirtschaft durchaus erhöht werden könnten. Und weil ihm das auch immer nicht schnell genug geht, will er eine eigene Bahn Digitalgesellschaft finden, die sich genau um die gewünschten Angebote kümmern könnte. Die Mieten steigen immer weiter, bezahlbare Wohnungen sind in vielen Städten knapp und um dagegen anzugehen, hält es Grünen-Chef Habeck grundsätzlich...